Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zum RT-Alltag am Montag. Eure Aussage in der letzten Woche war eindeutig, ihr wollt den RT-Alltag also weiter sehen. Deswegen spielen wir auch weiter RT und auch wenn die Tier 6-RT jetzt insgesamt keine so große Überarbeitung mit 1.5 bekommen haben, schauen wir uns die RTs trotzdem mal an und wir machen weiter mit ziemlichen Crap. Aber letzte Woche gab es Crap, diese Woche gibt es wieder Crap, nämlich die Tier 6-Briten-RT, die FV304, die meiner Meinung nach mit so die schlechteste RT im ganzen Spiel ist. Ich dachte früher mal, dass sie mega lustig ist, aber eigentlich ist sie eher total nervig, denn sie hat das Problem, dass sie eine sehr extrem eingeschränkte Reichweite auf der Kanone hat. Deswegen muss man mit ihr relativ nah zum Gegner stehen. Dann hat sie den Vorteil, dass sie einen guten Richtwinkel der Kanone hat. Also sie kann in eine sehr steile Flugbahn schießen. Das führt aber dazu, dass die Granaten sehr, sehr, sehr lange unterwegs sind. Und dementsprechend, ihr seht es hier, ja, das war knapp. Es ist auf sich bewegende Ziele extrem schwer, was zu treffen. Gerade wenn sie auch so relativ weit weg stehen. Denn es ist extrem schwer zu antizipieren, wo denn der Gegner jetzt nun hinfährt oder wo halt nicht. So, aber wir gucken mal, dass wir die Heavis ärgern können, denn die Heavis sind groß. Heavis sind langsam und dementsprechend gut zu treffen. Das Problem bei Heavis ist natürlich, dass sie relativ gut gepanzert sind. Ja, wir sehen schon, die Kanone... Okay, da fährt er nicht hin. Die Kanone hat nicht wirklich Kraft, ne. Also das ist auch noch so ein Nachteil. Vorteil ist natürlich, durch wirklich diese extrem steile Schusswege, man kommt gut über Hindernisse drüber. Bleibt doch mal stehen. Aber das Treffen von Zielen ist echt so... So, ist er jetzt gekettet? Ja, endlich. Oh, und dann treffe ich nicht. Er ist gekettet und dann geht der Schuss vorbei. Komm schon. Triff. Gott. Die ist so schlecht, diese Art hier. Das ist unglaublich. Okay, wir suchen uns mal ein Ziel, was steht. Vielleicht können wir da Schaden machen. Problem ist einfach, der Reload ist eine Ecke zu lang. Ja, also... Sie müsste etwas schneller schießen. So, fahr zurück. Fahr zurück. Okay, immerhin Schaden. Und ihr seht schon, wenn ihr mit der versucht, auf Mediums zu schießen, dann habt ihr keinen Spaß. Und sobald ihr nicht voll eingezielt seid, könnt ihr vergessen, dass ihr irgendwas trefft. So, triff, triff. Na, immerhin. So, ihr seht schon, was das Problem ist. Die Medium Line ist gefallen. Das heißt, wir nutzen mal unsere zugegebenmaßen sehr gute Mobilität, um hier ein bisschen erstmal Land zu gewinnen. Und eventuell erstmal auf den Jackson dort, oder die Wolverine. Ihr seht schon, 2,6 Sekunden Flugzeit. Das ist eine absolute Katastrophe. Stunnen kann sie auch nicht, weil sie nicht genug Kaliber dafür hat. Ach, und dann kriegt man den Kild noch nicht mehr. Gut, dann heißt es jetzt versuchen... ...den Cap zu verteidigen. Ohne dabei... ...aufzugehen. Das könnte eine Herausforderung werden. Die Frage ist, ob die überhaupt versuchen zu cappen. Oh, da ist der Erste. Wow. Ich weiß nicht davon, was mein Schuss war, aber... ...Schaden gab es auf jeden Fall nicht. So, Panzer 4H. Komm, fahr weiter. Jawohl, immerhin. Nochmal Damage gemacht. Also, es ist wirklich eine Mega-Herausforderung... ...dass man... ...richtig antizipiert, wohin der Gegner fährt. Weil eure Granaten einfach so lange unterwegs sind. Und das macht es so extrem schwer. Oh Gott. So, kommen wir an den Run. Yes. Also, hier sehen wir natürlich den Vorteil von der kleinen Artie. Aber ihr seht auch, wie langsam die Granaten fliegen. Und sobald man nicht genau trifft... ...macht man auch einfach kein Damage. Tom spotte ihn mir nochmal. Okay, wir machen ihm was kaputt. Jetzt müssen wir aber für uns selber spotten. So, und jetzt haben wir das Problem, dass hier die... ...jetzt wir vom Winkel her nicht mehr hinkommen. Das... Oh Gott. Oh Gott. Feuer erlaubt, dass er teilt. Oh Gott. Ja, ja, hallo. Keine Chance. Also, ähm... Der Skoda nimmt das Frack als Deckung. Deswegen kann der M10 da nicht wirken. Wir verlieren jetzt hier die Runde. Wir machen zwar irgendwie kombiniert 1000 Damage. Aber es fühlt sich einfach nicht schön an. Und selbst auf so einen Skoda T25, das ist wirklich ein nicht hart gepanzertes Fahrzeug, haben wir, ähm... Sobald wir nur ansatzweise einen halben Millimeter neben das Fahrzeug treffen, machst du keinen Damage mehr mit dieser Artie. Es ist... Also, wenn ihr Free XP habt, ich kann es euch nur empfehlen, überspringt die Artie. Wobei, dann kommt ihr zu der Siemer. Die ist in meinen Augen nicht viel besser. Nicht tausendmal besser. Ähm... Also, britische Arties im Low-Tier-Bereich in meinen Augen eine absolute Katastrophe. Und, ähm... Spielspaß ist da in meinen Augen nicht wirklich gegeben. So, zweite Runde. Zweiter Versuch. Ich bin gespannt, was wir machen können. Also, eigentlich wünscht man sich mit dieser Artie... Ich weiß nicht, ob man... Also, viele Heavies. Also, gro... Also... Langsame Ziele. Nicht mal Heavies, aber langsame Ziele. Die sich halt nicht wirklich schnell bewegen. Irgendwas so in die Richtung. Heavies hatten wir das Problem, dass man dann... kaum Schaden macht. Aber, es ist echt extrem schwer mit dieser Artie. Denn, wenn du nicht gut bist, zu antizipieren, wohin die Granaten gehen, bzw. wohin der Gegner sich bewegt, bist du einfach richtig am Arsch. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel schon das Problem, dass wir von den Camper-Positionen aus noch nicht mal die gegnerischen Camper-Positionen erreichen, weil einfach die Fluggeschwindigkeit der Granaten... Äh, Quatsch, Fluggeschwindigkeit... Die Reichweite so schlecht ist. Klar, sie kann sich schnell verlegen. Sie ist schnell. Sie ist mobil. Aber an und für sich, ähm... Ja, also wir kommen zum Beispiel nicht auf den Panzer 4H. Ich muss jetzt hier echt mit reinfahren, weil ich hier nicht hinkomme. Seht ihr das? So, unser Scout... Ja, der steht da jetzt und, ähm... Also bis hierhin kann ich wirken. Bis dahin. Das ist schon... Das ist eine krasse Ansage. So, hier ist jemand offen. Hier kommen Schüsse. So komme ich an den... Also der seht schon, der weiße Strich ist, glaube ich, die Reich... Ist das die Reichweite? Ne. Hat mir gar nicht angezeigt. So, Radpanzer. Oder er hier. Geht gegen das Haus. Der hat getroffen, der andere Schuss. So, der Radpanzer eventuell, wenn der stehen bleibt. Komm, fahr zurück. Yes, er ist genau reingefahren. So, und jetzt ist er schon außerhalb meiner Reichweite. Sie ist präzise, ja. Also das ist es nicht. Sie trifft schon, wenn... Also wenn man sie einziehen lässt, dann... Dann ist sie... Dann ist das schon ganz neckisch. Aber natürlich ist die Einzelzeit nicht die mega geilste. Und dann... Okay, nice. Warum schießt mich hier die eigene Wolverine? Nachdem ich einen Radpanzer habe. Okay. Okay, er geht raus. Sehr gut. Trotzdem, ich bin jetzt hier die Front. Also, hallo. Tschüss. Das Problem hat man halt dann leider sehr, sehr oft mit der Art hier. Und jetzt ist ja zum Beispiel die Frage, wo stelle ich mich jetzt hin? Ich muss jetzt irgendwo mich hinstellen, wo ich die Reichweite habe. Um auf irgendwelche Gegner zu kommen. So, und hier, ihr seht es schon. Bis hierhin kann ich schießen. Keine Chance. Also die Artie bräuchte meiner Meinung nach entweder... mehr Reichweite. Ich glaube, das würde ihr am meisten helfen. Also da würden schon 100 Meter Reichweite mehr. Ja, die würden da schon helfen. Oder die Granaten fliegen 20% schneller. Dass man besser... Also dass man nicht so weit vorhalten kann. Sondern besser auch auf bewegende Ziele kommt. Oder vielleicht eventuell einen Ticken schnelleren Reload. Also es gibt viele Stellschrauben, wo man an der... an der Artie was machen kann. Churchill komme ich nicht ran. Ich mache mal das Tor kaputt. Dass ich an den... Er kommt nicht raus. Er fährt eher wieder weiter rein. So, auf der anderen Seite prügelt sich jetzt der... Oh, Scheiße. Wow. Ja. Hinter mir der Light. Wollen wir die Suh. Und damit sind wir tot. Links der Skoda. Und... Äh... Die nächste Runde geht hier verloren. 5 zu 14 steht's. Der ARL wurde im Prinzip komplett ignoriert. Der Light hat sich gar nicht erst mit ihm angelegt. Und, ähm... Ja. Was soll ich sagen? Ist natürlich... Kommt noch dazu, wenn die Runden immer verloren gehen. Ich glaube, ich bin jetzt jede Runde, die ich mit der jetzt gefahren bin, habe ich jetzt gerade verloren. Ich bin noch ein paar mehr Runden gefahren. Als nur die zwei jetzt im Video. Ähm... Das trägt natürlich auch zu dem negativen Eindruck bei. Wenn man jetzt auch am Stück irgendwie 4, 5 Runden verliert. Ähm... Aber an für sich ist es halt extrem herausfordernd. Du musst immer die Minimap im Auge behalten. Du musst gucken, dass du mit dem Team mitfährst. Du brauchst eine Karte, die wenig statt hat. Also tatsächlich ist es auch hier ein Problem, die Heavies überhaupt zu bewirken als ART. Ähm... Du stehst immer extrem nah dran. Wenn du den Punkt verpasst, äh... Verpasst abzuhauen, bist du am Arsch. Bist du tot. Wenn du nur bewegliche Ziele hast, dann triffst du nichts. Also... In meinen Augen die schlechteste ART. Wirklich die richtig schlechteste ART. Also wenn ihr... Wenn ihr euch richtig aufregen wollt. Wenn ihr scheiße im Spiel spielen wollt. Dann spielt diese ART. Das ist... Absolute Katastrophe. Ähm... Und ich kann halt nur jedem empfehlen. Das habe ich ja auch schon in der ersten Runde, glaube ich, gesagt. Ähm... Oder ihr nehmt halt Free XP und stellt euch direkt die Achter in die Garage. Bloß ganz ehrlich, für eine ART Free XP, das müsst ihr euch schon gut überlegen. Wenn es euch immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinung zu diesen beiden Gefechten gerne mal in die Kommentare. Ist das auch eure Meinung, die ihr mit der FV304 teilt? Lasst es mich wissen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.